Spiegelein, Spiegelein! Auf der Wand! An der Wand war er ja nicht, glaube ich. Wer ist der Geilste im ganzen Land? Du, Kirby! Du bist so süß! Und stark! Durch und durch... Und dann auf einmal mache ich nichts mehr an ihn. Er gibt mir einen Bitch-Slap! Und ich verliere die Fähigkeit. Fick dich. Nee, auf dich hätte ich keinen Lust. Was ist denn das? Ah, der Feuerfledermaus! Oh Gott! Au, au, au! Oh! Oh Gott, die macht mich so fertig. Zeit, um die anderen zu holen? Nee. Aua! Der hat mich geknutscht! Und ich fall wieder runter! Ja, treff ihn! Ja, treff ihn! Er geht instant auf mich, Mann! Aua! Verfickte Scheißwolke! Du betackt! Du betackt! Lass mich doch mal in Ruhe! Damals, wo man gegen die Wolke kämpft hat, hat man wenigstens noch Himmel gehabt, dass man ja ausweichen konnte. Jaaa! Jaaa! Jetzt trifft mich wieder, du Scheiß-Mist-Hure! Ah! Wirklich? Ich erwisch diese Mini-Flamme! Jaaa! Er kommt genau in dem Moment hoch, wo ich über die Flamme springe! Oh, ich hab... Oh Gott! Wie ich runtergekullert bin! Richtig strong!